Ich muss dringend was gegen das Adrenalin in meinem Körper unternehmen. Ich würde mein Herz immer noch schlagen vom letzten Match. Hallöchen, willkommen zu meinem kleinen Let's Play von einem nicht so bekannten Shooter von einer nicht so bekannten Firma. Von einem sehr bekannten YouTuber. Okay, heute ist Gegenteiltag, meine Freunde. Nein, das ist nicht. Ich habe vor zu gewinnen und das will ich auch durchziehen. Im Nachhinein kann ich mich ja dann aufrufen, dass es doch Gegenteiltag ist. Aber bis dahin... Heute ist ein guter Tag! Das ist Silber und krass hier, Merci ist der Hammer. So... Willkommen! Fünf... Vier... Drei... Zwei... Eins... Hallo! Hallo! Ohhhh I see who I'm here So many bad guys Ja, das war's. Was ist das? Oh, ich hab wiedergelebt. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab wiedergelebt, ich hab wiedergelebt. Very nice. Very nice. Punkt der Stahl ist 1 zu 0. I'm just a bait. Ich bin auch verschwunden. 5, 4, 3, 2, 1, und 2. Nehmen Sie rein. Oh, ich werde Folge verraten. Eieieiei. Farrah habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Hier hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es die noch gibt. Ich nehme den Punkt 1. Soldier 76, bereit zu meinem Platz. Oh, das muss ich jetzt ja nicht verlieben. Oh, ich bin halt ein Spitzender. Oh, ich bin halt ein Spitzender. Oh, ich bin halt ein Spitzender. Okay. We are in this place. I've been here already. It's all right. behind you behind you behind you behind you oh da hat er mir die knave unterm fuß kaputt geschossen so leicht werdet ihr mich nicht los i love this briefer Oh, bedankt als Führungspiel. Very nice match. Ach, nochmal als Führungspiel. So, aber ich hatte echt... Großartiges. So. Dreimal Führungsrolle. Krass. Nice. So, ich bedanke mich. Bis bald.